Ist es möglich, zu wissen, wann man sein Limit erreicht hat? All in. Auf vielen Menschen lastet eine moralische Schuld. Diese Schuld basiert auf vergangenen Taten. Man wird sie niemals los. All in. Du zählst Karten, richtig? So clever bin ich nicht. Aber du gewinnst. Du brauchst jemanden, der dir den Einsatz vorstreckt. Ach so ist das. Du führst also einen Stall. Ich suche immer nach einem Siegerhengst. Ich saß zehn Jahre im Knast. Dort lernte ich Karten zählen. Wie machst du das? Beim Pokern muss man abwarten können. Check. Race. Re-Race. Call. Und dann passiert etwas. Erinnern Sie sich an ihn? Hier passiert der richtige Scheiß. Die haben Sie zum Sündenbock gemacht. Du hältst dich lieber raus. So fängt es an. Nur ein flüchtiger Gedanke. Vielleicht möchten Sie bei dem mitmachen, was ich vorhabe. Der sich aufbaut. Und das wäre... Gerechtigkeit. Mir ist egal, ob du früher etwas Schlimmes getan hast. Nichts. Nichts kann rechtfertigen, was wir getan haben. Jeder ist für seine Taten selbstverantwortlich. Kennst du den Begriff Tirt? Wie beim Flippern. Jeder kann durchdrehen. Du auch. Ist es möglich zu wissen, wann man sein Limit erreicht hat? Du auch. Ich will. tick trink solcher. Du auch. Ich will. Du auch. Das werdet ihr. Bis zum nächsten Mal.